Soll ich nur schlafen, Mensch? Anche, du vergötter dich. Was, vergötter dich? Du schnarchst so leise. Ja, wenn ich mal anfange zu schnarchen, meine Freunde. Angst! 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 Mensch, Rembel! Rembel! Ja, du bist endlich eure Assi-Musik geblieben. Und Abend. Hat einer einen Eimer? Nimm die Pan-Kiste wie letztes Mal. Kennst du sie da doch schon wieder aus? Ich lasse einfach stehen, anschließend. Der Bruder räumt das schon weg. An! 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 Oh mein, mein! Guck mal an! Irgendwie ist das hier so total ungemütlich, ey. Was will mein Bett tun? Kommt keiner mit mein Bett zu? Nochmals, kein, das wird ein Heidenstatt. Angst! Ah, Mama! 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 Ah, Mama!